Ein wunderschön guten Abend, liebe Daheimgebliebene. Hier sind wieder Ihre schlechtesten Filme aller Zeiten. Diesmal mit einer ganz besonderen Ausgabe. Willkommen zur Ladies' Night. Denn unser heutiger Kultstreifen ist mehr als bloß eine weitere Bremsspur in der Unterhose der Filmgeschichte. Nein, es handelt sich um eine abenteuerlich fantasievolle Ode an die schönste Nebensache der Welt, die Frauen. Stellen Sie sich einmal vor, die Frauen dieser Erde wären eigenständig und selbstbewusst. Sie würden sich nicht für eine billige Blume von der Tankstelle jedem hergelaufenen RTL-Bachelor in wilder Begattungsbereitschaft zu Füßen werfen und auch nicht mehr bei Heidi Klum ihre klapperigen Kinderkörper als widerspruchslos lächelndes Laufstegluderfeil bieten. Gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und stellen uns vor, Frauen wären des logischen Denkens fähig und nicht mehr auf die überlegene Spezies Mann angewiesen. Vielmehr sogar bereit, die Männer zu unterjochen und die Weltherrschaft zu übernehmen. Eine absurde Utopie sicherlich. Doch genau diese faszinierende Vision des feministischen Fundamentalismus wurde kurz nach der Jahrhundertwende sinnbildlich in eine literarische Figur gegossen, die von dem englischen Autor Sex Roma ersonnen wurde. Sumuru. Ist das nicht eine japanische Automarke? Nein, das ist Subaru. Sex Roma war übrigens auch der Erfinder von einem der unheimlichsten und diabolischsten Ärzte aller Zeiten. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Nein, Dr. Fu Manchu. Und ganz in der Tradition dieses teuflischen Meisterverbrechers agiert auch die Hauptfigur unseres Schockers. Sumuru, die Tochter des Satans. Ein Filmtitel, der einem wahrhaftig das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ganz ehrlich, ich habe gerade eine Gänsehaut wie eine frisch gerupfte Pekingente, du. Sumuru, die Tochter des Satans. Wow, das ist ein Titel wie die eiskalte Hand eines Toten am Sack des Friedhofswörters. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal aufs Klo müsste, ich würde Eiswürfel pinkeln. Und doch handelt es sich hier überraschenderweise nicht um einen herkömmlichen Gruselstreifen, sondern vielmehr um einen knallharten Action- und Agenten-Thriller aus dem Jahr 1967. Achso, dann ist sie also gar nicht wirklich die leibliche Tochter von Santana? Vom Satan? Nein. Nein, das ist mehr im übertragenen Sinne gemeint. Denn wenn man dem Presseheft glauben darf, ist Sumuru die sadistischste und diabolischste Frau, die je gelebt hat. Eine eiskalte Teufelin, die erst küsst und dann tötet. Also kurz gesagt eine fotzdumme Schlampe, ne? Naja, ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja, aber gleichzeitig die alleinige Chefin einer weltumspannenden Organisation frustrierter Single-Furien mit dem Ziel der Unterjochung aller Männer und Erringung der Weltherrschaft. So, das nenne ich doch mal einen ambitionierten Businessplan, oder? Naja, ich denke aber, dass wir Männer da bei allem Respekt auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, oder? Welche traurige Tante hat dieses krude Suffragetten-Machwerk überhaupt verbrochen? Ne, ne, das wird dich jetzt überraschen. Keine Frau, sondern ein taffer Typ aus Großbritannien. Niemand Geringeres als Lindsay Shonteth, der uns später noch so bekannte Filme bescherte wie Dschungel der Apokalypse oder Big Zepper zahlt mit blauen Bohnen. Noch interessanter ist in diesem Zusammenhang der Autor Kevin Kavanaugh, der mit Zumuru nicht nur sein erstes, sondern gleichzeitig auch noch sein allerletztes Drehbuch einreichte. Gut, das überrascht jetzt vielleicht, aber wenn man mit einem Buch alles gesagt hat und alles erreicht, dann kann man sich danach auch anderen Kunstformen widmen. Jetzt eigentlich wie dem Klöppeln oder Glasritzen oder kreativen Serviettenfalten zum Beispiel. Okay, so ganz überzeugend klingt das alles für mich allerdings noch nicht. Wer hat die Musik gemacht? Eigentlich Martin Böttcher aus alten Soundtracks zusammengebastelt, aber offiziell ist die Musik von John Scott oder Daniel White. Da ist man sich nicht so ganz einig. Das liest man mal so. Und Kamera? John von Kotze. John von Kotze? Ein Engländer, der von Kotze heißt? Ja. Also der Name kann doch jetzt nicht echt sein, oder? Doch. Also gut, jetzt nicht wirklich, es war ein Pseudonym. In Wirklichkeit ist er Deutscher und heißt Willi Wommet. Entschuldige mal. Olli, so löblich dein Versuch auch sein mag, uns allen diesen seltsamen Satanisten-Weiberstreifen schön zu reden, für mich klingt das bisher einfach wie ein gigantischer Haufen dampfender Elefantenscheiße. Naja, was ja vielleicht auch der Grund sein könnte, warum er gerade in unserer Reihe läuft und nicht auf Arte im Themenabend vergessene Perlen des Emanzipationskinos. Okay. Ja klar, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Dann erübrigt sich wahrscheinlich auch die Frage, ob irgendwer mitspielt, den man kennen könnte. Außer als Panflötenspieler in der Fußgängerzone. Au contraire, mon ami. Die dämonische Sudoku, Sumuru, wird von niemand Geringerem gespielt als Shirley Eaton. Du kennst sie vielleicht eher nackig und mit Gold lackiert, unter dem Namen Jill Masterson. Ja, ganz genau. Kurz von James Bond durchgepudert und dann zur Strafe von Goldfinger umgebracht. Klar, dass man da ein gespaltenes Verhältnis zu Männern entwickelt. Ja, du, apropos Männer. Der schmalzlockige Held dieser Schmonzette kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ist das nicht FBI-Mann Jerry Cotton? Ganz genau. Sehr gut erkannt. George Nader alias Jerry Cotton war uns damals ein gefeierter Star, der sogar deutsche Schlager gesungen hat. In seiner Heimat Amerika hingegen nur berühmt dafür, dass ihn niemand kannte. Also quasi der David Hasselhoff der späten 60er. Ich verstehe. Gut, dann würde ich sagen, Schluss mit dem Kaffeekränzchen. Leg den Regler um auf Frauenbauer und lass uns anfangen. Ja, mit dem allergrößten Vergnügen. Aber lass uns zu guter Letzt noch ganz kurz unseren heutigen Cocktail zum Film probieren. Gerne. Oh, das ist ja eklig. Damit kannst du ja ein Eber kastrieren. Bah, bah, was ist da bloß drin? Das ist Prosecco, Likörchen, Batide und so weiter. Also alles, was den Damen Gaumen vor Freude anschwellen lässt. Denn heute ist ja schließlich Ladies' Night. Wie heißt die schwule Zuckerplörre? Auf Deutsch der Original-Sumuru-Schlüpfer-Schließer. Auf Chinesisch Mutsu. Prost. Prost. In diesem Sarg liegt der reichste Mann der Welt. Seine 17 Söhne geleiten ihn zur letzten Ruhe. Noch ahnen sie nicht, dass sie ihrem Vater auch in anderer Hinsicht nachfolgen werden. Das Geschlecht des reichsten Mannes der Welt existiert nicht mehr. Ich habe es im Auftrage meiner Herren vernichtet. Im Auftrage von Sumuru. Im Auftrage von Sumuru. Im Auftrage von Sumuru. Im Auftrage von Sumu. Im Auftrage von Sumu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe gesagt, das ist deine richtige Schwester und das ist wirklich ein Hospital. Ein kleines Zeichen meiner großen Bewunderung. Für mich? Für dich. Bin ich eine Diva? Wo darf ich sie hinstellen? Dumme Frage, natürlich in die Wüste. Sie sollten Mr. Carter dankbar sein, wenn er nicht hinter Ihnen hergefahren wäre. Du? Natürlich, und da ich dich verloren hatte, bin ich mindestens eine Stunde rumgefahren. Und da sah ich plötzlich vor einer Villa diesen komischen Krankenwagen und da dachte ich mir, wo der ist, da ist auch Nick West. Und der war's auch, Dankeschön. Bitte sehr. Was macht der Colonel? Der Colonel? Für ihn ist unsere Hilfe leider zu spät gekommen. Sie müssen ihn mit Drogen folge Punkt haben. Immerhin, er hat sein kurzes Leben in den Armen seines Freundes ausgehaucht. Ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr betroffen, das zu hören, aber immerhin kann ich jetzt in aller Ruhe in meinen Urlaub gehen. Wie Sie sich vielleicht denken können, war die Regierung Ihrer Majestät nicht so sehr am Leben des Colonels interessiert, als vielmehr an dem seines Vorgesetzten. Oh, Präsident Boone. Und auf den Gedanken für Boone zu arbeiten, sind Sie nicht gekommen? Als ob Nick in seinem Gehirnkasten jemals an irgendetwas anderes denken würde als an kleinem Mädchen. Ich bin bloß auf die Idee gekommen, weil seit dem Tod des Colonels bei Boone ja eine Stelle frei ist. Oh, hören Sie, was geht das mich an? Ich bin mitten in meinen Ferien. Das ist aber schade. Moment, Moment, nicht so hastig. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Mädchen im Empfang etwas gesagt von einer Villa. Interessant. Mr. West, würden Sie dem Secret Service eine Freude machen und uns einen letzten Gefallen tun, bevor Sie Ihren Urlaub genießen? Lassen Sie mich raten. Ich soll für Sie rauskriegen, was mit dieser Villa los ist. Habe ich recht? Das nenne ich einen Treffer. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Regierung sich voll und ganz auf Sie verlässt. und sich auf Sie beide verlässt. Guten Morgen. Es muss irgendjemand am Garagentor sein. Er hat die Kontakte berührt. Aber das Tor ist abgeschlossen. Soll ich nachsehen? Ich mache das selber. Du bleibst hier. Okay, schon. Geh. Geh. Du bist seit zwei Jahren der erste Mann, der mich an sich drückt. Ich kann dir einfach nicht widerstehen. Das will ja auch keiner. Das will ja auch keiner. Was meinst du? Das musst du schon selber mit dir besprechen. Endlich wieder einmal sind wir alle zusammengekommen. Und wie bei jeder Begegnung kann ich heute mit eurer Zustimmung natürlich eine neue Streiterin für unsere Sache vorstellen. Wir werden immer mehr. So soll es sein und so muss es sein. Linda, komm her. Ich finde, dass sie ideal zu unseren Vorstellungen passt. Sie ist jung, sie ist talentiert und sie hat ein hohes Maß an Herzenskälte. Ich bin mit ihr einverstanden. Hat sie eure Zustimmung auch? Ja, so. Herzlichen Glückwunsch, Schwester. Geh. Damit nähert sich unsere Zusammenkunft ihrem Ende. Und ihr kehrt auf eure Plätze irgendwo in der weiten Welt zurück. Einige werden sehr allein sein. Furchtbar allein. Andere wieder werden das Glück haben, eine gleichgesinnte Schwester in ihrer Nähe zu wissen. Aber für unsere hohen Ideale, dafür werdet ihr jedes Opfer ertragen. So wie ihr hier vor mir sitzt, habt ihr mich einem großen Ziel näher gebracht. Ihr seid inzwischen die Freundinnen. Manche sogar die Ehefrau. Von elf der einflussreichsten Männer der Welt. Sie herrschen über Milliarden. Und ihr beherrscht sie. Und trotzdem ist unser Einfluss noch zu gering. Es gibt noch zu viele führende Köpfe in der Welt, die sich unserem Zugriff widersetzen. Ich denke hier vor allem an die Herrscher junger Staaten. Einer dieser Feinde unserer Ziele fliegt gerade nach Hongkong. Er wird es nicht mehr verlassen. Wir sind entdeckt. Und? Sonja. Ich will wissen, was da passiert ist. Komm, komm, küss mich. Oh, sorry, Süß. Steh auf! Du wirst dich wundern. Lauf! Liebe Zuschauer, wir sagen es Ihnen besser ganz offen. Also mein hochgeschätzter Kollege Peter Rütten und ich, wir haben ein paar kleinere Problemchen mit der Handlung dieses Films. Ich verstehe kein Wort. Nun ja, man wird eben zum Mitdenken aufgefordert. Also es wird einem halt nicht alles auf dem Silbertablett serviert. Okay, also gleich am Anfang wird irgendein schwitzender Chinese von einer bauchfreien Grinsedominanz zwischen den Schenkeln totgequetscht. Das gefällt mir sehr, das ist logisch und nachvollziehbar. So weit kann ich noch folgen. Ja, ja, klar. Obwohl es auch da schon etwas seltsam anmutet, dass diese ganzen Zitronentorten mit Schlückchen und Schmöckerchen im Kreis hocken und sich das letale Schenkelspiel so emotionslos anschauen, als wäre es die Tupperparty von Tante Frieda, oder? Gut, 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 trotzdem gekauft. Dann aber wird an irgendeinem Strand eine dumme Verräterkuh gejagt und wir erfahren zum ersten Mal den großen Masterplan von Anasio Amazone Sumatra. Ich Sumuru, ich werde eine neue Welt schaffen. Eine Welt der Intelligenz, eine Welt der Schönheit. Sie soll von Frauen regiert werden. Von Frauen, die wie ich erkannt haben, dass die Ursache des Hasses die Liebe ist und die mit mir die Liebe bekämpfen. Entschuldigung, aber was ist das bitte für eine grottendoofe Grundidee für eine Gesellschaftsform? Von Frauen regiert für mehr Intelligenz und Schönheit, aber ohne Gefühle? Naja, also ich stelle dir mal so eine Douglas-Filiale als Land vor. Guter Blödsinn. Aber noch schlimmer als dieser Haufen dusseliger Revoluzzer-Barbys sind ja wohl Nick West und Tommy Carter, die zwei männlichen Protagonisten dieser Schwach-Maten-Grütze, die allen Ernstes mit diesem Dialog eingeführt werden. Aber erst einmal müssen wir doch feststellen, ob sie deine oder meine Kragenweine ist. Wenn sie schon laufen kann, ist sie für mich okay. Sag mal, sind die mit dem Klammerbeutel gepudert? Eine kieksende Morgenlatte und ein verhinderter Kinderschänder aus dem Gart-H-Studio als positive Identifikationsfiguren? Das können die selbst 1967 nicht ernst gemeint haben, ehrlich. Doch, 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 doch. Ich befürchte schon. Das sah man damals ja alles noch nicht so eng. Also da galt doof, dauergeil und arrogant einfach als sehr männlich. Also ich habe mich ja auch gefragt, wie der englische Geheimdienst überhaupt auf die Idee kommt, ausgerechnet diesen Jerry Cotton für Klistierfreunde um Unterstützung zu bitten. Ich meine, der ist ja nur ein popliger Journalist, hat er gesagt, für die Apotheken umschauen oder was. Und dazu auch noch ein absolut arrogantes Arschloch. Ich habe mir sagen lassen, Sie machen hier Urlaub. Ja, auch ein Journalist braucht hin und wieder quieta sua. Bitte was? Seine Ruhe, das ist lateinisch. Boah, ich komm's gleich im Strahl in Cäsar sein Frühstück, du blöde Schweine, die in banalen Alltagskonversationen mit ihren Lateinkenntnissen prallen. Die sind sowas von windelwichsweichwiderlich. Das ist dabei auch noch falsch. Weil quietus ist nämlich ein Adjektiv, das hier ja vollkommen allein neben einem Possessivpronomen steht. Ohne passendes Substantiv. Ist das so bekloppt, als wenn du ein intransitives Verb mit einem Akkusativ verbindest. Ich meine, statt dem Dativ, weil das besagt ja im Transitiv schon. Ja, anderes Thema. Äh, äh, was soll Ficknest, äh, Nick West eigentlich machen für den Secret Service, hm? Ja, und das mal einer wüsste. Ich hab's so verstanden, Suumu und ihre gelangweilte Hausfrauenhorde haben irgendwie die ganze Welt im Griff, nur nicht den Präsidenten von Sidonesien. Sido? Äh, das war doch dieser nuschelnde Stammelrapper mit dem Halbschalehirn auf dem Murmel, oder wen meinst du das? Äh, was weiß ich, vielleicht war's auch der Kalif von Burschidistan, ist doch Wumpe. Um jedenfalls an diesen Präsi von Gurkenhausen zu kommen, schmuggeln die Terror-Tiffen eine ihrer Mördermuschis ein, um seinen Sicherheitschef in ihre Gewalt zu poppen. Richtig. Soweit ja auch ein brillanter Plan. Nur leider verknallt sich die untervögelte Kopulationskonkubine in ihr Opfer und wird zur Strafe erseuft. So, dann soll Nick Knatterton den Fall klären, trifft den Security-Heinz, aber der wird vor seinen Augen entführt und abgemurkst. Doch als West Light am nächsten Morgen, warum auch immer, in irgendeinem Krankenbett aufwacht, fällt ihm was Wichtiges ein. Moment, Moment, nicht so hastig. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Mädchen im Empfang etwas gesagt von einer Villa. Hat sie aber gar nicht. Kein einziges Wort, spul zurück. Und trotzdem gehen die zwei Lümmelschwinger dann zu dieser niemals erwähnten Villa, ohne zu wissen, welche und wo überhaupt. Da lösen sie dann auch noch einen Alarm aus, obwohl es nicht mal einen richtigen Zaun gibt. Und am Ende verstecken sie sich vor einer Wächterin wie dick und doof beim Klingelstreich. Ja, 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 ich gebe zu, also das Skript weist bis hierhin schon mehr Löcher auf als eine eingerissene Netzstrumpfhose. Aber allerdings, beachte doch bitte wenigstens diese irrsinnig spannende Szene, als Nick von der bewaffneten Weiberwache ertappt wird und kurzerhand die Alternative ergreift. Du bist seit zwei Jahren der erste Mann, der mich an sich drückt. Ich kann dir einfach nicht widerstehen. Das will ja auch keiner. Da sieht man die unglaubliche Cleverness von ihm. Jetzt versteht man auch, warum der Geheimdienst ihn um Hilfe gebeten hat. Ganz allein durch sein ausgedünstetes Testosteron wird das unbarmherzige Mörderflittchen nach nur vier Sekunden Augenkontakt feucht wie ein Wischmopp und schiebt ihm die Zunge zwischen die Zähne. So, dieser Kerl, du, der hat Eier wie Medizinbälle. Mit seiner reinen Männlichkeit legt er die Gegner auf die Matte. So läuft das. Wobei ich ja gelesen habe, dass George Nader sich schon zu Beginn seiner Karriere als Stock schwul geoutet hat. Also nicht wirklich Nick West, sondern eher Nicky Westerwelle. Oh komm, aus so einem Quatsch. Man muss auch nicht alle Gerüchte glauben, die in diesem Internet stehen. Also Peter, wirklich, ich frage dich jetzt mal ganz ernsthaft. Also würde ein Mann mit auch nur leichten homosexuellen Neigungen so machomäßig knallhart kämpfen können wie er hier? Komm, komm, küss mich. Oh, sorry. Euer Ehren, keine weiteren Fragen. Ach, hör doch auf. Da würde ja nicht mal meine 97-jährige Urgroßmutter Aua machen, wenn ich mit meinem Fäust den Eimer so pupse. Olli? 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 Ey, sag mal Olli. Ein Teamarzt hier? Haben wir einen Teamarzt? Summe ruhig! Was ist los gewesen? Es war ein Mann draußen. Er hat mich geküsst. Die Pistole. Summe ruhig! Bestrafe mich nicht so hart. Wie ich unverzeihliche Fehler bestrafe, weißt du ja. Sonja? Summe ruhig. Summe ruhig! Was es nicht alles gibt. Es war eine bländende Idee, die Spinnerei dieser Mädchen mit einem Whisky runterzuspielen. Ich glaube, ich brauche noch einen. Mir reichen meine zwei. Du hattest schon drei, aber wer zählt schon? Na du. Weißt du, ich habe das Gefühl, Sir Anthony spielt mit uns blindekuh. Vielleicht hast du recht. Er spannt uns ganz schön vor seinen Karn. Und wozu? Wahrscheinlich erfahren wir das erst, wenn es die Königin die Lebensrettungsmedaille ans Grab hängt. Die was? Für die Blumen bedanke ich mich. Genau, deshalb rufe ich jetzt zu Anthony an und sage ihm Ende der Kletterstange. Wie es aussieht, ist die Mause tot. Das ist die Kleine, die einfach nicht widerstehen konnte. Was auch. Machen Sie auf, Mr. West. Wir wissen, dass in Ihrem Zimmer eine Leiche liegt. Guten Abend, Gentlemen. Sir Anthony, wie kommen Sie denn hierher? Es war hübsch mit anzusehen, wie Sie beide von einem Balkon zum anderen hüpften. Das haben Sie gesehen. Aber natürlich, ich sehe Ihnen schon eine ganze Weile zu. Haben Ihnen vor ein paar Minuten nicht die Ohren geklungen? Meine Ohren klingen immer. Das ist ein Erbübel. Das dachte ich. Sagen Sie, ist das Ihre persönliche Not, der Hotels über den Balkon zu verlassen? Wollten Sie Ihre Rechnung nicht begleichen? Um ehrlich zu sein, wir sind vor einem Mädchen weggelaufen. Das lag in meinem Bett. Reizend. Aber tot. Wie schade. Wir hätten beinahe angefangen zu weinen. Haben Sie eine Erklärung, warum diese sicher sehr hübsche Leiche unbedingt in Ihr Hotel wollte? Ja, ich würde sagen, dass es irgendwie mit Bung zusammenhängt. Sie sprechen mir wieder mal aus dem Herzen. Werden Sie doch ein bisschen deutlicher. Es kostet mich Überwindung, es Ihnen zu sagen, aber in Rom wird es für Sie demnächst ein bisschen kitzlig werden. In Rom, im geliebten Italien und in ganz Europa, wenn die Interpol will. Nett, dass Sie auch der Ansicht sind. Aus diesem Grunde wollte ich Ihnen ein Angebot machen. Oi. Wie wäre es mit kostenlosen Ferien im fernen Ost? Ich möchte bloß wissen, wie Sie uns dazu überreden wollen. Ich habe Ihnen immerhin einiges anzubieten. Da wäre zunächst für jeden ein Diplomatenpass, zwei Erster-Klasse-Flüge nach Hongkong, selbstverständlich komplett neue Garderobe in zwei extravaganten, kostspieligen Koffern, die schon im Flugzeug auf Sie wachten. Was sagen Sie dazu? Nein. Nein. Mario, würden Sie uns bitte zum Flughafen bringen? Was heißt, ich habe ja gesagt, der verrückte Sir Anthony hat uns vergewaltigt. Was ist das? Hast du eine Ahnung, wann in Hongkong die Typhoon-Zeit ist? Wahrscheinlich jetzt. Wo sind die Gepäckscheine? Du hast sie. Ich habe sie dir im Flugzeug auf die Zeitung gelegt. Ich sehe schnell nach. Bis gleich, Nick. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Not nur eine Ahnung, die Pferd applications sind. Du hast sie schalt. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Willkommen, Mr. West. Wollen wir uns nicht setzen? Gerne, wenn uns das näher bringt. Oh, eine Höflichkeit wäscht die andere. Sie haben es hübsch hier. Danke. Ich freue mich, dass es Ihnen gefällt. Mr. West, würden Sie mir für einen Augenblick Ihr Profil zeigen? Meine... Oh, die Frauen fliegen auf mich sonst weniger wegen meiner Konturen. Bitte zeigen Sie mir Ihr Profil. Die Mädchen hatten recht. Es ist erstaunlich. Sie sind dafür wie geschaffen. Momente. Wofür bin ich nach Ihrer Ansicht wie geschaffen? Darf ich Sie zunächst daran erinnern, dass Sie von der Polizei gesucht werden? Das sollte Sie veranlassen, etwas zurückhaltender zu sein. In den Augen der Polizei haben Sie das Mädchen ermordet. Das habe ich mir gedacht. Darf ich erfahren, was Sie wollen? Sie. Ich dachte, Ihr Verein wäre... Ausschließlich eine Sache von Frauen, so ist es. Aber trotzdem benutzen wir sehr viele Männer. Nur, dass die meisten es nicht bemerken. Und im Moment brauchen wir einen Mann, der so aussieht wie ein gewisser Mr. Andrews. Und wenn ich mich weigere? Dann werden Sie umgebracht. Oh. Okay. Was soll ich machen? Ich sehe, Sie sind ein vernünftiger Mensch. Kommen Sie mit. Was Sie im Begriff sind zu sehen, ist sensationell. Es ist einzigartig. Darf ich fragen, was es ist? Es tut sich bereits vor Ihnen auf. Was haben Sie denn mit dem gemacht? Hat er Ihnen ins Spiel gepfuscht? Er ist ein Versuchskaninchen. Ein Versuchskaninchen? Wir brauchen ihn für gewisse Experimente. Wir beschäftigen uns mit einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Fragen, die uns interessieren. Wie haben Sie es fertig gebracht, dass er nicht die ganze Zeit wie am Spieß brüllt? Ich wüsste nicht, weshalb er schreien sollte zumindest, solange er sich so wohlfühlt. Ah, Rauschgift. Hat Ihnen das auch stumm gemacht? Das ist unser Verdienst. Wir haben ihm die Zunge abgeschnitten. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie verrückt sind, würden Sie mit mir dasselbe machen? Ich habe mit Ihnen andere Absichten, Mr. West. Aber dazu brauchen Sie Ihre Zunge, Ihre Stimme und Ihren klaren Verstand. Ich wüsste noch ein paar andere Kleinigkeiten, bei denen es mir unangenehm wäre, wenn Sie lädiert würden. Solange Sie sich an meine Befehle halten, haben Sie nichts zu befürchten. Umso besser. Ingrid. Sumuru? Eine geladene Cobra Mortis-Pistole. Sowas von Ähnlichkeit. Danke, Ingrid. Was ist das? Diese Pistolen werden in Afrika für die Betäubung von Raubtieren benutzt. Nur haben wir dafür eine wirkungsvollere Munition entwickelt. Kommen Sie, Mr. West. Was fabrizieren Sie hier? Opium oder haben Sie schon Ihre private Atomfabrik? Zumuru? Zumuru? Das Tor. Zumuru. Ist das auch ein Versuchskaninchen? Das ist dieser Mr. Andrews. Was haben Sie mit ihm vor? Das werden Sie gleich sehen. Was? Sie, wie immer Sie sind, reißen Sie aus, so schnell Sie können. Sie ist wahnsinnig! Was haben Sie mit ihm gemacht? Wir haben ihm ein Mittel injiziert, das verwandelt ihn in eine Statue. Wir nennen dieses Mittel Cobra Mortis. Das ist widerlich. Sehen Sie ihn sich genau an. Er sieht aus wie Ihr Doppelgänger. Setzen Sie sich doch, Mr. Carter. Mr. Carter. Carter. Ja, womit... Wobei können wir Ihnen behilflich sein? Ich suche den Besitzer einer schwarzen Limousine, Fabrikat Dodge. Die Autonummer ist... 2151. Ja, das ist Zumuru. Zumuru? Ganz recht. Können Sie mir sagen, wo ich Sie finde? Außerhalb. Zu Hongkong gehören außer Kaolun und New Territories noch 236 Inseln. Eine davon hat Sie. Sie hat... Aber eine Insel in Ehren kann keiner verwehren. Entschuldigen Sie, aber ich habe öfter so Geistesblitze. Vielen Dank. Sehen Sie sich diesen Mann genau an. Er heißt Boom. Boom? Ist das nicht der Präsident von Sinonesien? Boom hat einen enormen Hang zu Frauen. Er wechselt sie wie das Hemd. Deshalb hat meine Politik versagt. Trotz aller Mühe ist keins meiner Mädchen zu seiner Vertrauten geworden. Sehen Sie. Oder hier. Was muss das für ein Trottel sein? Auf sowas wäre ich geflogen. Warum zeigen Sie mir diese Bilder? Wollen Sie mich in Stimmung bringen? Sie sollen die Lebensgewohnheiten Ihres neuen Chefs kennenlernen. Oh, sehr gut. Lachen Sie nicht, aber seine Lebensgewohnheiten sind mir direkt sympathisch. Lassen Sie mich das nächste Bild hier sehen. Das ist nicht nötig. Sie sind alle gleich scheußlich. Allerdings, Sie sind scheußlich. Nun zu Ihrem Auftrag. Da Boom sich nicht auf Frauen verlässt, muss ein Mann sein Vertrauter werden. Bisheriger Mann seines Vertrauens war Colonel Medica. Auf der Suche nach einem neuen Sicherheitsoffizier hat sich Boom nun endlich für einen Engländer entschieden, den Sie übrigens kennen. Oh, dieser Andrews, der jetzt eine Statue ist. Er musste sterben, damit Sie freie Hand haben. Oh, ich soll mich also für ihn ausgeben. Mit dem Pass und den Dokumenten, die Sie von mir bekommen, wird es glaubhaft sein. Außerdem kennt Boom Sidney Andrews nicht. Er ist von seinem Botschafter in London besorgt worden. Aber ich verstehe trotzdem nicht, worauf Sie eigentlich hinaus wollen. Was haben Sie mit Präsident Boom vor? Das werden Sie rechtzeitig hören. Das ist Linda. Sie wird Sie nach Hongkong begleiten. Sie werden zusammen im Mandarin-Hotel wohnen. Sonja? Darin sind Ihre Papiere, Mr. Andrews. Darüber hinaus werden Sie in dem Koffer auch einen Revolverkaliber 38 finden. Das ist nett. Aber sind Sie auch wirklich überzeugt, dass Boom mit diesem Andrews noch nie zusammengekommen ist? Absolut überzeugt. Sonst hätte er seinem Botschafter nicht geschrieben, dass der neue Mann Europäer sein muss. Ihre erste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Boom so schnell wie möglich mit diesem Mädchen bekannt gemacht wird. Aber... Ich habe gesagt, so schnell wie möglich. Sonja, bring Mr. Andrews nach Hongkong. Sie sind Mr. Kater. Oh, und Sie sind Susi Wong, stimmt's? Und Sie sprechen mich an, weil Sie mich zum Kaffee einladen wollen. Haben Sie auch Milch und Zucker? Ich bin hier, weil ich Ihnen etwas sagen soll. Das ist aber nett. Warum schießen Sie nicht los? Umso schneller können wir zum gemütlichen Teil übergehen. Was sollen Sie mir sagen? Ich soll Ihnen einen schönen Gruß bestellen? Von Nick West? Von Nick? Sie wissen, wo Nick ist? Halten Sie mich nicht für einen Idioten. Ich weiß, wo er ist. Dann seien Sie so gut und sagen Sie es mir, bevor ich Ihren Arm auf halb sieben drehe. Ich kann es Ihnen hier nicht sagen. Kommen Sie mit. Sie müssen mir helfen. Ich Ihnen helfen? Was ist kaputt? Sumuru hat Ihren Freund Nick West eingesperrt. Wie ich Sumuru kenne, wird sie ihn umbringen. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Sie hat mich hergeschickt, Sie ebenfalls zu töten. Helfen Sie mir. Gehen Sie mit mir zur Polizei. Bitte, Mr. Kater, bitte. Bringen Sie sich nicht auf. Es wird alles gut. Ach, bitte. Verbinden Sie mich mit 55714. Was heißt hier ist Bingo? Ich möchte mit Präsident Boone persönlich sprechen. Ich nehme an, dass der Präsident mich erwartet. Ich bin Mr. Andrews, Sidney Andrews. Ah, in einer halben Stunde. All right. Ich habe Ihnen zu danken. Bis gleich. Bis gleich. Ich überlege mir die ganze Zeit, was ein Mädchen wie Sie in einem so dreckigen Geschäft zu suchen hat. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Ich bin weiter nichts als eine junge Frau. Junge Frauen träumen von der Liebe. Ich träume auch von der Liebe, aber von einer Größeren. Und um diese Liebe zu erreichen, wollt ihr erst mal die Welt umkrempeln. Statt die Liebe so zu nehmen, wie sie ist. Hallo. So verloren, wie ich bis jetzt geglaubt habe, bist du ja gar nicht. Ich sehe ein, dass ich da eine Rettungsaktion starten muss. Oh, ein bisschen später, ja? Ich verspreche dir auch, ich breite mein Sprungtuch aus, dass du nur hineinsöpfen brauchst. Freu dich schon auf mich. Ich habe doch noch ganz leicht, da habe ich so... Ja, schon. Geht's wieder? Ja, ein paar Zähne, geil, locker, aber was du mal weißt. Apropos locker. So ganz neat und nagelfest scheint mir die Organisation von Tante Sumpfku ja nicht gelötet zu sein. Das erste Gefolgsgirl verliebt sich in sein Opfer und wird ersäuft. Auch die neue Pimperperle Linda, die den sidolinischen Präsidenten umbringen soll, lutscht nach einer Minute Nick West die Essensreste aus dem Maul. Nicht zu vergessen, die Garagenwächterin von vorhin, die bereits nach fünf Sekunden für ein schnelles Küsschen alle Weltherrschaftspläne in den Gully geschüttet hat. Ja, aber wofür sie zur Strafe dann auch gleich ganz richtig erschossen und nackt in sein Bett verfrachtet wurde. Obwohl die Tantentruppe Nick ja bisher weder kennt, noch weiß, wo er wohnt. Und das zeugt jetzt wieder von großem Können. Das sind echte Profis. Was man von der asiatischen Killerbiene, die Tommy Torfkopp auf dem Touristenkutter erledigen sollte, ja nicht wirklich behaupten kann. Ja, stimmt. Also ich sag mal, das lässt sich jetzt selbst mit größter Mühe nicht mehr schönreden. Geht das dusselige Litschiluder mit dem Käsemesser auf den Nervenarsch los, bleibt mit der Hacke hängen und fällt vom Boot. Das ist wirklich, das ist konkurrenzlos Platz 1 bei den Darwin Awards, ja. Und im dümmster Killer aller Zeiten Contest. Also jetzt ganz ehrlich, so was saudobes habe ich ehrlich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, ne. Komm, bitte lassen wir uns das noch einmal anschauen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Das muss man nochmal sehen. Mann, Mann, Mann. Bei so viel purer Blödheit bin ich echt sprachlos. Ich meine, da versuchen wir hier die ganze Zeit krampfhaft, ja, keine billigen Frauenwitze über Schuhgeschäfte, Autofahren oder sonstige weibliche Unzulänglichkeiten loszulassen, sind so politisch korrekt, dass es schon in der Hose kneift. Und dann kommt diese stupide Punze angewackelt und wirft sich selbst vom Pott. Die darfst du ja nicht mal im Wasser lassen. Die ist doch sogar als Fischfutter zu dämlich. Gut, also versuchen wir dieses kleine Missgeschick mal für einen kurzen Moment zu vergessen. Was hältst du denn sonst vom Plan der Lady Sumumu? Sie hat ja jetzt auch extra Nick Wurst entführt und ihm genau erzählt, was sie vorhat, ja. Aber so ganz kriege ich das noch nicht auf die Reihe. Ich habe mit Ihnen andere Absichten, Mr. West. Aber dazu brauchen Sie Ihre Zunge, Ihre Stimme und Ihren klaren Verstand. Okay, lass uns das jetzt nochmal gemeinsam rekapitulieren. Weil die tote Küsserin vom Garagenstrich tot in Jerry Cottons Bett lag, wird der nun von der römischen Bullerei gesucht und fliegt deshalb im Auftrag des Secret Service irgendwo nach Asien, auch wenn keiner weiß, wieso. Ja, richtig. Und dort wird er ganz poplig von den Sumuru-Schnitten entführt und erfährt später auf der geheimen Ischeninsel, dass er als neuer Sicherheitschef beim Präsi von Indonesien eingestellt werden soll. Und warum? Weil ein gewisser Andrews, der für den getöteten Security-Boss als Ersatz angefordert wurde, witzigerweise exakt ganz genauso aussieht wie unser alter Feministinnen-Flachleger Nick West. Na ja, gut. Also ich meine, diese dolle Ähnlichkeit, die kann man jetzt aber auch schon mal einfach als glücklichen Zufall abhaken, oder? Also ich meine, dass sich jetzt gerade diese zwei Männer unter damals knapp dreieinhalb Milliarden Menschen so meine Fresse doch mal verdammt scheißen ähnlich sehen, das ist jetzt auch nicht unwahrscheinlicher als das. Ein Schimpanse aus einer Tüte Buchstabensuppe die ersten vier Zeilen des Hamlet auf den Käfigboden schüttet. Ja, fein. Und wieso genau soll West jetzt als Andrews noch mal zum Sidonesien-Staatschef? Ja, damit er dort die blonde Nachwuchssumurianerin Linda einschmuckelt, die dann den Präsi abmurksen soll. Boah, ein teuflisch gewitzter Plan. Der ist so clever, dass niemand von außen drauf kommen kann, weil er ja selbst von innen keinen Sinn ergibt. Dafür haben die Mädels aber echt tolle Waffen. Das hat mich schon beeindruckt. Eine silberne Betäubungsspritzpistole mit Cupra Mortis, einem Gift, das Menschen in Stein verwandelt. Ein echter Knaller, ohne Frage. Chapeau. Also selbst wenn das Teil letztlich ja auch nichts anderes macht als einfach Leute tot. Also da hätte man sie ja eigentlich auch erschießen können, einfach so, oder? Also wozu braucht man da dieses Kaba-Mumpitz? Welchen Vorteil hat es, wenn die Opfer zu Stein werden? Das ist widerlich. Sehen Sie ihn sich genau an. Man kann sie sich in den Garten stellen oder... Gut, ich habe auch keine Ahnung. Selbst die Steinmacherpistole ist absoluter Schwachsinn. Im Grunde könnten wir die ganze Grütze jetzt hier auch einfach ausmachen und irgendwo schön sidonesisch essen gehen. Nein, 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 so einfach machen wir uns das nicht. Ich glaube ja auch, dass diese wild verknäuten Handlungsfäden sich irgendwann noch auf wundersame Weise entwirren werden, sodass wir uns alle am Ende in Demut vor der Kleberness des Drehbuchautors in den Staub werfen müssen, glaube ich. Das glaubst du wirklich? Nein, aber wir werden schließlich dafür bezahlt, dass wir diese ganze Klapsmühlenkacke gucken. Denk mal an die Zuschauer da draußen, die armen Schweine müssen den ganzen Müll auch noch umsonst antun. Apropos für Geld wirklich jeden Scheiß machen, jetzt kommt ja auch gleich noch Klaus Kinski. Oh, stimmt, als Präsident von Schlumpfhausen, äh, Sindelfingen. Sidonesien. Ja. Der durfte ja damals wirklich in keinem europäischen Drecksfilm der 60er Jahre fehlen. Nicht mal bei Sumuru, des Satans dümmste Tochter. Na, das kann jetzt ja nur einen riesigen Qualitätssprung Richtung Sonne bedeuten, oder? Oder kopfüber ins Scheißhaus, keine Ahnung. Film ab. Tag, ich bin Sidney Andrews. Präsident Boone erwartet mich. Darf ich um Ihren Pass bitte, Mr. Andrews? Bitte schön. Oh. Ihr Passischein, bitte gehen Sie da entlang. Danke. 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 Kommen Sie bitte mit. Endlich, mein Bester, nehmen Sie einen Drink. Dankeschön, den brauche ich auch. Wie wäre es mit Champagner? Mein Botschafter in London hat sie mir heiß empfohlen. Wie war der Flug? Ein paar Luftlöcher. Wann soll ich anfangen? Natürlich auf der Stelle. Seit mein lieber Medica nicht mehr unter uns weilt, habe ich mich keine Minute mehr sicher gefühlt. Kennen Sie die Geschichte? Natürlich. Er ist in Rom begraben worden. Kennen Sie Rom? Ich habe mich nirgends in der Welt so glücklich gefühlt. Ja? Entschuldigen Sie bitte. Nehmen Sie doch ein Taxi. Wie heißen Sie noch gleich? Eine Sekunde. Ich sehe Sie kurz nach drei. Ich meine, wir brauchen die Konferenz kurz nach drei. Tschüss. Tschüss. Um es Ihnen gleich zu sagen, die meiste Gefahr droht mir immer von Frauen. Mein letzter Sicherheitschef und ich haben eifrig nach einem System gesucht, Mädchen durch die Kleidung zu schauen. Schließlich verbirgt sich alles, was mir gefährlich werden kann, unter Gewändern. Ich spreche von Messern und Pistolen. Da fällt mir ein, ich habe heute Nachmittag eine reizende junge Dame kennengelernt. Ach. Erzählen Sie. Ein ganz ungefährliches Mädchen, wenn Sie wüssten, wie die Kleine Sie bewundert. Oh. Das schmeichelt mir. Bewundert sie mich wegen meiner politischen Schriften oder wegen meiner Geisteshaltung? Nein, nein. Sie sieht sie als Mensch. Sie ist eines der wenigen geraden Geschöpfe, die ohne falschen Zungenschlag und ohne Umschweife die Dinge nehmen, wie sie sind. Sie ist in der Blüte ihrer Jugend und ihre Träume sind Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Ich weiß nicht, ob Sie so einer Mädchen je begegnet sind. Übrigens wohnt dieses Wesen zufällig hier im Hotel. Ist es ein sanftes Mädchen? Die Sanftheit in Personen. Ich sehe, wir verstehen uns. Ich freue mich auf Ihre Mitarbeit. Mr. Endros? Ja? Ich habe eine Nachricht für Sie. Ah, das ist Ihre Einladung, mein Schatz. Viel Spaß bei Präsident Boone. Ich habe ganz vergessen, wie man einen Präsidenten anreden muss. Um möglichst bald zur Sache zu kommen, würde ich sagen, bei Darwin. Darf ich Sie bitten, mir nach oben zu folgen? Ich komme von Mr. Endros. Aha. Ich heiße Linda. Du sollst sehr sanft sein. Du bist hierversprechend. Ich könnte mir denken, dass wir gute Freunde werden. Was für ein hoher Besuch haben Sie Sehnsucht nach mir gehabt? Haben Sie Linda mit Präsident Boone zusammengebracht? Mhm. Sie ist gerade zu ihm gegangen. Ich habe Sie dem Präsidenten so warm empfohlen, dass es keine Panne geben dürfte. Das wäre also geschafft. Gut. Sie werden zur Insel fahren. Zum Ruh will mit Ihnen reden. Gleich? Seien Sie morgen früh um Punkt 9 an Mercers Werft. Was soll ich dort? Das werden Sie morgen früh schon sehen. Ja. 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 Stopp. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hast du bis jetzt auf dem Flughafen die Gepäckscheine gesucht? Wo greifst du dich bloß rum? Ich laufe mir die Beine aus. Das kann ich dir im Moment nicht erklären. Ich habe es eilig. Wo wohnst du? Wo ich wohne? Ja. Du meinst, wo ich mich versteckt habe? Was hast du bloß ausgefressen, dass jeder versucht mich umzubringen? Ich kapiere überhaupt nicht. Da lerne ich doch so eine süße schlitzäugige Susie Wong kennen. Ein Appetithafen. Die sagt mir einen schönen Gruß von Nick West und geht mit dem Messer auf mich los. Bei manchen Mädchen sind die Leidenschaft neben Abgründer. Haha. Selten so gelacht. Jetzt im Ernst. Wo wohnst du? Warum gibst du den Kleinen nichts? Du hast doch in einer Nacht nicht deine ganzen 18 Millionen auf den Kopf gehauen. Ich wohne in der Pension Goldene Pagode. Ein mieser Laden. Aber in meiner augenblicklichen Situation finde ich das... Nick! 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 Hey! Sie! Fahren Sie dem hinterher! Hier? Es hat auch hübsche Mädchen. Wer will denn hübsche Mädchen? Ich nicht davon. Ich kenne dieses Boot. Es ist von Sumeru. Bei Sumeru Insel zu viele Boote gesunken. Wenn du fährst, zahle ich dir 50 Dollar. 80? Wie wär's mit 100? 150! 120! 180! 160! 150! Also los! Das où noch werfen? Nu uurgence! Garantuit! Die Hand 1-2 läufruit nhaw. ijlt Der Z barriers Flug Rad fertilizer Sie hatten Sehnsucht nach mir? Tja, hier wäre ich. Meinen Auftrag habe ich hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit ausgeführt. Da wäre es doch eine ganz gute Idee von Ihnen, mich heimzuschicken. Ich habe eine Welt errichtet, in der die Männer keine Rolle spielen. Das spricht sich langsam herum, aber was machen Sie, wenn es dunkel wird? Sie sollten darüber nicht scherzen. Sie berühren da ein Problem, das jede von uns mit aller Kraft bekämpft, das einen aber trotzdem übermannt. In einsamen Nächten. Wenn das so ist, dann würde ich die Männer, die sie in die Finger kriegen, nicht mehr als Versuchskaninchen in den Käfig sperren, sondern ins Bett. Das ist eine wundervolle Idee. Schade, dass du all die Männer, die du umgebracht hast, nicht mehr aus dem Grab buddeln kannst. Ich brauche einen Mann wie dich, einen, der mich überrumpelt, einen, der mich nimmt und mich bezwingt. Wie wär's denn dafür, mit einem Bezwinger von der eigenen Ortwand? Ich bin eine Frau. Ich glaub's ja. Hör jetzt auf. Du wirst dich langsam daran gewöhnen müssen, dass ich verrückt nach dir bin. Ja, ja, verrückt. Wenn ich mich nicht irre, habe ich das schon behauptet, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Komplett verrückt. Du wirst dich nicht mehr, dass ich mich nicht mehr aus der Vergangenheit verursachen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen Sie mit. Präsident Bung, es ist nett, dass Sie... Ich kann es einfach nicht. Wache! Aber das ist eine Frau. Stopp! Hey, was habt ihr? Ich bin euer Sicherheitschef. Hilfe gehen! Was ist passiert? Präsident Bung ist ermordet worden. Was ist hier los gewesen? Sie hat Bung ermordet. War da nicht gerade mein Name gefallen? Präsident Bung? Und zwar der Echte. Der Mann da drüben hatte so viel Ähnlichkeit mit mir, dass ihn selbst ein Mörder für mich halten musste. Tja, wo bekomme ich einen neuen her? Ich habe immer sehr gerne einen Doppelgänger gehabt. Das war aber sehr schlau. Dass das passieren musste? Furchtbar. Ist die junge Dame in die Verschwörung verwickelt? Ich werde das sehr schnell rauskriegen. Ich würde es bedauern. Sie war Ihre Empfehlung. Wie reimt sich das zusammen? Oh, machen Sie sich keine Gedanken. Wenn sie mit der Sache zu tun hat, dann wird sie was erleben. Aber Andrews, wo wollen Sie hin? Es ist ja Polizei natürlich. In der Situation lassen Sie mich allein? Ich bin ja gleich wieder da. Und Sie sollten die Zeit benutzen, die Antwort auf eine Frage zu finden. Wie konnte es diesem Mädchen gelingen, sich völlig unbemerkt in ihre Leibgarde einzuschmuggeln? Hä? Ihre Leibwächter sind immer zusammen. Und zwar bei Tage und bei Nacht. Das gibt es nicht, dass es einem Mann nicht auffällt, wenn eine Frau neben ihm schläft. Kommen Sie mit. Ich werde aussteigen. Ich würde warten, bis der Lift hält, wenn ich Sie wäre. Nein, ich meine, ich steige aus der Organisation aus. Das ist das erste vernünftige Wort, das Sie je gesagt haben. Wenn es Ihnen damit ernst ist, müssen Sie sofort aus dem Hotel. Ich kenne da eine Pension. Ich weiß zwar nicht, wie gut sie ist, aber ein Freund von mir wohnt dort. Die Pension heißt zur goldenen Pagode. Mein Freund heißt Tommy Carter. Er ist okay. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Also, was haben Sie vor? Wie meinen Sie das? Na ja, Sie wollen Ihren Club im Stich lassen. Wie fangen Sie das an? Wollen Sie zur Polizei gehen? So genau habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Dann wird es aber höchste Zeit, mein Engel. Nachdem was gerade passiert ist, nach der Geschichte, in die du gerutscht bist, gibt es für dich nämlich gar nicht so furchtbar viel Auswahl. Entweder du gehst zu Sumuru und sagst ihr, du hast das Double umgelegt, dann aber kann dir passieren, dass sie weiß, dass du gar nicht geschossen hast. Oder du läufst einfach weg und verbringst den Rest deines Lebens in Angst, weil du dich vor Sumuru verstecken musst. Oder du gehst zur Polizei und packst aus. Dann musst du aber auch alles auspacken. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht? Wenn das nicht leicht ist, was soll ich dann sagen? Ich bin mit einem ganz bestimmten Auftrag nach Hongkong gekommen. Statt aber meinen Auftrag auszuführen, gerate ich in die Klau dieser Verrückten. Sie hetzt mich ausgerechnet auf den Mann, auf den ich aufpassen soll. Wie soll ich mit meinem Riesenproblem fertig werden, wenn du bei deinem Kleinen schon nicht weißt, was du machen sollst? Steh auf. Du hast alles kaputt gemacht. Alle beide werden dir dafür teuer bezahlen. Sonja, sind seine Sachen gepackt? Sie sind gepackt. Hoffentlich hast du meinen blauen Anzug sauber zusammengelegt. Er knittert nämlich. Vergiss nicht, seine Rechnung zu bezahlen. Das wäre zu nett. Ich möchte mir ungern nachsagen lassen, dass ich meine Rechnung nicht begleiche. Machen Sie ruhig weiter, Mr. West. Bis die Sonne aufgegangen ist, werden Ihnen Ihre Witze vergangen sein. Hoffen wir es. Mein Repertoire an Witzen ist sowieso schnell erschöpft. Bring die beiden zum Auto. Das war's für heute. 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 Mr. Carter? Ja, Mr. Carter. Mr. Carter, wer soll sein? Vielleicht helfen Ihnen ein paar Dollar beim Nachdenken. Danke sehr. Der, Mr. Carter, ja, sind wir sechs in Ecke links. Danke. 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 Bitte lassen Sie mich hinein. Wie bitte? Bitte. Sagen Sie, ich kenne Sie doch. Habe ich Sie nicht schon in dieser Villa in Rom gesehen? Eins Ihrer Mädchen hat schon versucht, mich umzubringen. Vielen Dank. Aber Sie müssen mir helfen. Ich bin schon die halbe Nacht durch die Stadt geirrt. So ungern ich das sage, Baby. Aber mir ist lieber, du irrst weiter durchs Dorf. Aber Nick. Nick? Ja, ich soll Ihnen was von Nick bestellen. Von Nick? Ja. Schießen Sie los. Was sollen Sie mir von Nick sagen? Nick hat mir gesagt, Sie wären sein Freund. Das habe ich schon gewusst. Was sollen Sie mir ausrichten? Muss dieses Ding unbedingt sein? Sieht so aus. Das letzte Mal, als ein Mädchen mir was von Nick ausrichten sollte, hat sie plötzlich ein Messer hervorgezaubert. Ich habe bestimmt nichts hervorzuzaubern. Suchen Sie. Das beweist noch gar nichts. Wo hätte ich dann sonst... Na gut. Was haben Sie vor? Ich will nur beweisen, dass ich Ihnen eine Waffe versteckt habe. Ich bin gespannt, wie Sie mir das je beweisen wollen. Ja. Hey, was ist das für ein Spiel? Ich habe tatsächlich nirgends etwas versteckt, was Sie umbringen könnte. Jetzt spreizen Sie bitte noch die Zehen. Okay, ich habe es geahnt. Keine fünf Minuten mit Nick Pest im selben Zimmer und sogar die hasserprobte Mega-Emanze Sumuru zieht den Schlübber runter. Ich brauche einen Mann wie dich. Einen, der mich überrumpelt. Einen, der mich nimmt und mich bezwingt. Wie wäre es denn dafür mit einem Bezwinger von der Algern-Nordwand? Ich bin eine Frau. Ich glaube es ja. Hör jetzt auf. Du wirst dich langsam daran gewöhnen müssen, dass ich verrückt nach dir bin. Wie macht der Typ das nun? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es diese steingemeißelte Grinsevisage, in der du absolut keine Emotionen ablesen kannst. Vielleicht die aufgeschraubte Betonfrisur, die wie ein Helm auf seiner Rübe klebt. Oder aber es ist einfach dieses energetische Nichts, das er ausstrahlt. Diese fleischgewordene Neutralität, die lebende Langeweile. Ich meine, er hat ja bisher definitiv noch absolut nichts Vernünftiges getan, außer irgendwo im Bild herumzustehen. Er hat nichts ermittelt, ist keiner Spur gefolgt, hat nicht gekämpft, hat niemanden gerettet. Aber schon diverse fremde Hupenbäume abgeschlabbert und ein paar Mal den Lurch versenkt. Und das ohne selbst danach zu fragen. Klar, gut. Also ich meine, diese kriminalistische Glanzleistung dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber auch sonst muss ja bei allen Beteiligten zuverlässige Inkompetenz auf Platz 1 der Einstellungskriterien im Bewerbungsbogen gestanden haben. Bisher hat noch keiner im ganzen Film irgendwas richtig gemacht. Stimmt. Zum Beispiel die extra eingeschmuggelte Killer-Konkubine Linda, die den Präsidenten töten soll. Ich kann es einfach nicht. Wache! Versagen in weniger als 5 Sekunden. Das lässt auf Mängel in der Ausbildung schließen. Ja, und die zweite Attentäter-Torte versteinert zwar noch irgendwie ihr Opfer, allerdings ist es das Falsche. Und nur eine Sekunde später ist sie selbst kaputt. Ja, ist auch nur so im unteren Mittelfeld der Erfolgsskala, oder? Nicht zu vergessen, wie unfassbar bewämmst sich die sumorianischen Sturmtruppen reinlegen lassen, als sie die Versagerin Linda zur Bestrafung abholen sollen. Ich glaube, auf so einen gümmeligen Trink wäre noch nicht mal Samson aus der Sesamstraße reingefallen. Also entweder sind absolut alle in der Organisation mit dem Hammer geduscht. Also wenn ich diese Tamara wäre, ja, äh, Sumuru, ich hätte schon längst die Klotten hingeschmissen und gesagt, wisst ihr was, all ihr kackblöden Nippelnieten, macht doch eure scheiß Weltherrschaft alleine. Mit so einem Rudel schwanzloser Rohrkrepierer kann man doch nicht die Männerwelt unterjochen. Mann, ihr lauft ja rum, als hättet ihr einen Monat lang eure Tage. Ja, Peter, ich verstehe deine Emotionen, aber zum Schutz all dieser nichtsnutzigen Dauer-PMS-Prinzessin muss ich dir sagen, die bescheuerten Pläne zu dem ganzen Murks hier kamen stets von Susumsu selber. Sie kann nicht die ganze Doofheit auf ihre schwachmaten Schwestern schieben. Wieso beispielsweise auf so irrwitzig komplizierte Art die gigantomanisch unfähige Linda beim Präsidenten einschmuggeln, wenn man sowieso schon eine Killerkatze in die Leibwache eingeschleust hat? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich geb auf. Mir raucht der Schädel, du, bei so viel geistiger Sterbehilfe werfe ich einfach mal das Handtuch. Wo waren wir stehen geblieben? Linda, Linda, die sich eben noch Schmierlappe Nick West an den Lümmel geworfen hat, ist geflohen und bietet sich jetzt dem hühnerbrüstigen Allesbumser Tommy als Matratzen-Schoner an. Das gibt's ja nicht. Ich habe tatsächlich nirgends etwas versteckt, was sie umbringen könnte. Jetzt spreizen Sie bitte noch die Zehen. Dürfte ich vielleicht noch kurz darauf hinweisen, dass dieser Tommy-Torten-Boden, der wohl mit Abstand unsympathischste und auf die Eier gehendste Sidekick der Filmgeschichte sein dürfte? Nicht, dass wir das bei all dem Hirnfasching hier noch vergessen. Ja, gespielt übrigens von Frankie Avalon, war früher mal ein singender Teenie-Star, also so eine Art Daniel Kübelböck der 60er. Oder vergleichbar mit den frühen Klingeltönen, also so Richtung bekiffter Frosch oder unanierender Otter. Ja, komm, sei still. Mach den Film wieder an. Ich will ins Bett. Ja, okay, dann machen wir das mal. Viel Spaß beim letzten Teil von Susi Mumu, die Tante des Schwachsinns. Viel Glück. Ich verstehe ja, dass Sie auch hier entspannen. Aber wenn Sie so weiter prügeln, werden Sie einen ganz schönen Muskelkater bekommen. Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Ich wollte Ihnen nur einen kleinen Vorgeschmack von dem geben, was Sie erwartet. Wie ich Sie kenne, ist das sicher etwas sehr Fantasievolles. Natürlich. Das wäre ja erbärmlich, wenn ich Ihnen nicht besonders herzlich Dankeschön sagen würde. Woran haben Sie denn gedacht? Ich überlege noch. Es gibt sehr hübsche Säuren, elektrische Geräte, an die man sie anschließen könnte. Ich habe einen Augenblick auch an Gift gedacht. Aber jetzt bin ich doch wieder mehr für eine der alten chinesischen Methoden. Sie sind immer noch die attraktivsten, wenn man einen Menschen töten will, die man ins Herz geschlossen hat. Mit Ihnen kann man einen Mann quälen, bis er um seinen Tod winselt. Sie könnten sich die ganze Mühe ersparen, wenn Sie einfach weiter reden würden. Das langweilt mich zu Tode. Linda, Linda, hab keine Angst. Du bist bei mir. Ist es schon so weit? Ich fürchte, wir müssen gehen. Ich habe solche Angst. Aber bevor denn? Ich habe dir doch gesagt, es wird alles gut. Oder muss ich dich noch mehr überzeugen? Ja. Ich halte es für richtig, dass wir mit dem Patrouillenboot fahren. Man weiß nie. Was ist das da? Eine Maschinenkanone. Sie soll uns Feuerschutz geben, falls man uns nicht freiwillig an Land lässt. Ich möchte wetten, Sie werden aufgeben, wenn Sie das sehen. Das ganze Gegenteil wird passieren. Sumoos Mädchen werden sich bis zum letzten Atemzug verteidigen. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Guten Morgen, Kater. Guten Morgen. Sind Sie hier der verantwortliche Inspektor? Ja. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Nebst meiner Handlungsbefugnis für Hongkong. Danke. Lesen Sie. Herr Antony, was machen Sie hier? Nicht, dass ich mich freue, Sie wiederzusehen. Das höre ich gern. Aber wie dem auch sei, der Secret Service wollte natürlich wissen, wie sich Ihre Geschichte hier entwickelt hat. Also haben Sie mir einen D-44 ausgestellt. Das ist eine Reiseanweisung. Und hier bin ich. Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber ich bin erst bei der Berechtigung, die Hongkonger Polizei zu inspizieren. Lassen Sie sich nur Zeit. Ich kann Ihnen was Erfreuliches sagen. In London ist man mit Ihnen sehr zufrieden. Das ehrt mich. Aber wenn ich ehrlich bin, dann würde ich sagen, es ist nicht das erste Mal, dass Sie falsch in die Orden kriegen. Lassen Sie das bloß nicht, unsere Königin hören. Die ist glatt im Stand und nimmt den Beatles, das gleich wieder weg. Entschuldigen Sie, Sir. Welche Aktionen zu übernehmen? Vielleicht möchten Sie... Nein, nein, mein lieber Inspektor. Das machen Sie so gut, wie ich es selbst als junger Mann nicht gekonnt habe. Ich möchte nur wegen des Berichts für das AA dabei sein, das Auswärtige Amt. Ja, äh, können wir? Ah, mein Mr. West... Ja, wie ist denn? Bevor Sie sich von der Welt verabschieden, möchte ich Sie gern noch von etwas überzeugen. Sie glauben, dass ich grausam bin. Sie glauben nicht, dass ich voller Träume bin. Voller Träume, in denen es immer nur um eine Welt des Friedens geht. Sehen Sie, ich kann sehr lieb sein. So leid mir es tut, aber jedes Mini-Mädchen küsst besser. Du kannst mit ihm machen, was du willst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn wir verlieren sollten, dann sorgt dafür, dass wir spektakulär untergehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also holen wir sie raus. Sie scheinen sich im Hause auszukennen. Kommen Sie mit? Jetzt nochmal zurückzugehen, das ist so gut wie Selbstnot. Dieses Haus liegt voller Dynamit. Wenn da einer rankommt, fliegt die ganze Insel hoch. Und die, die drauf sind, werden zu Engeln befördernd. Wollen Sie Engel werden? Wenn sie aber erst hochgeht, nachdem wir Sumuru haben, bekommen wir einen Orden. Einen Orden? Auf den Sand gelegt, Idiot! Auf den Sand gelegt, Idiot! Diese verrückte Sumuru hat das Ende gefunden, das sie der ganzen Menschheit bescheren wollte. Und trotzdem tut sie mir leid. Sie ist ein sehr einsamer Mensch gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, das war's dann wohl. Mutti Sumuru und ihre Blindgänger Babe sind besiegt. Nick und Tommy haben beide irgendein Knatterschnittchen abbekommen. Und die Welt ist wieder einmal gerettet. Ja, und um ehrlich zu sein, war sie ja niemals wirklich in Gefahr. Eigentlich hätte man nicht mal die zwei Möchtegernhelden gebraucht. Die haben eh nichts geleistet. Aber die dusseligen Gänse haben ja auch ohne Zutun anderer gar nichts, wirklich gar nichts auf die Reihe bekommen. Das war der reine Karneval der Unfähigkeiten, der hier gefeiert wurde, ganz ehrlich. Ja, auch ich würde mir hier nach jetzt wohl zweimal überlegen, ob ich ein reines Frauenteam aufstellen würde, wenn ich es auf die Weltherrschaft abgesehen hätte. Also, dieser Film war jedenfalls nicht gerade die beste Visitenkarte für eine Diskussion um Frauen in Führungspositionen, so leid es mir tut. Vor allem wurde wieder einmal eines ganz deutlich. Frauen wollen alle immer nur das eine. Einen starken, gut gebauten Hengst, der sie von morgens bis abends durchorgelt. Punkt. Da sollen die jetzt auch gar nichts anderes behaupten mehr. Ja, dafür wurden heute jede Menge Beweise geliefert. Selbst am Ende noch. Da wird Nick nochmal so richtig nach Strich und Faden ausgepeitscht. Mehr als überfällig, wenn du mich fragst. Und dann übergibt Sumuru an Louise, um ihm den Rest zu geben. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Aber die besemmelte Dummbratz erschießt ihn nicht. Nee, befreit ihn, damit er es ihr nochmal gleich gepflegt auf dem Zellenboden besorgt. Das darf nicht wahr sein. Kann man sich denn auf gar keine Frau mehr verlassen? Nicht mal auf eine geisteskranke Männerhasserin? Ja, und der blöde Hund Nick West verpasst durch das Rumgebumste auch noch den kompletten Showdown. Nicht mal da hat er noch irgendwas reißen können. Was für eine dumme Sau. Aber hallo. Na gut, das ganze Finale war ja eh nur ein zielloses Hin- und Hergeknalle einer Horde schießblütiger Ballerköppe. Du, da hatte ich in der Schule Kämpfe mit Kreidestückchen und Wasserpistole, die spannender choreografiert waren. Ja, es kam einem ja auch so ein bisschen vor, als würde eine chinesische Laien-Spielgruppe der Volkshochschule versuchen, die Landung der Alliierten in der Normandie nachzuspielen. Schlimm. Schlimm ist ja eigentlich nur, dass durch diese großflächige Versagerei auf allen Seiten die teuflische Oberschlonze Sumuru sich doch wieder heimlich verpissen konnte. Wahrscheinlich in der Hoffnung auf eine Fortsetzung, die dann aber Gott sei Dank niemals Wirklichkeit wurde. Ha! Irrtum, mein Bester! Obwohl diese cineastische Wurzelbehandlung ein veritabler Flop war, entblödete man sich nicht, zwei Jahre später noch ein Sequel nachzulegen. Die sieben Männer der Sumuru. Fast noch schlimmer als der erste Teil und noch erfolgloser. Aber ich würde vorschlagen, den schauen wir uns jetzt einfach nochmal zusammen an, um die ganze Sache abzurunden. Also, Peter, pass auf, wenn du den mal ganz kurz in den Player legen würdest, dann... Äh, Peter? Peter! Ähm, ja, gut, dann sehen wir uns wohl nächste Woche wieder. Bis dann! So, und was ist mit euch? Wer hat noch Lust? Hm? So, und was ist mit euch? Vielen Dank.